Willkommen beim Schlafzimmeraufbewahrung and Organizer Chair Lösungen. Hier ist Will, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Einzelbett Massivholz Kiefernbett 90x200 inklusive. Zwei Schubladen, Kopfteil- und Lattenrostjugendbett Gästebett Grau. Suchen Sie ein schönes, bequemes Bett mit Stauraum, dann ist dieses Bett die perfekte Wahl für Sie. Dieses Massivholzbett hat ein modernes und minimalistisches Design, das perfekt zu jedem Raum passt. Hier sind zwei große Schubladen unter dem Bett zu verstauen, ihr Zimmer sauber und ordentlich. Modern und stillvoll, die Liegefläche misst 90x200 cm und bietet viel Platz zum Schlafen und Entspannen, mit viel Stauraum darunter. Die Aufbewahrungsschublade hat Rollen, sodass Sie die Schublade beim Reinigen freischieben können. Multifunktional, klassisches Design, ob für Kinderbett, Jugendbett, Gästebett, alles ist eine gute Wahl. Stabil, stark und sicher, der Bettrahmen besteht aus hochwertigem Kiefernholz. Unser gesamtes Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC. Das Bett wird mit 14 Lattenrosten geliefert und bietet nicht nur eine stabile Basis und zuverlässige Unterstützung für Ihren Körper, hat auch eine hervorragende Tragfähigkeit von mehr als 150 kg. Einfache Montage mit einer ausführlichen Anleitung ist das Einzelbett für Anfänger schnell und einfach aufgebaut. Lieferumfang, 1x Einzelbett und Montagematerial Lattenrost, zwei Schubladen, Matratze nicht enthalten Im Laufe der Jahre ist Schlafzimmeraufbewahrung and Organizer immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in sarikang.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen. Einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über elisabethmannaya77.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen.